So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video, danke fürs Einschalten. Mein Name ist MerchNate und heute habe ich mir so gesagt, hm, machst du doch mal wieder ein Video. Ne, also ganz so einfach war es natürlich nicht, denn erst war mein Internet eine ganze Woche oder ich glaube sogar länger weg und danach wurde ich auch noch krank und bin immer noch so ein bisschen krank, aber naja, nach zwei Wochen denke ich, dass es echt mal wieder an der Zeit ist für ein Video, zumindest habe ich echt Bock darauf, mal wieder neue Videos zu machen. Ich habe sogar schon zwei Videos fertig, das hier ist allerdings das erste, das heißt eigentlich sind es drei Videos, wenn das hier auch noch fertig ist und diese anderen beiden kommen dann kurz danach, ich wollte dann morgen noch eins veröffentlichen, also das wäre Sonntag und das andere am Dienstag. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen vor, die ich auf jeden Fall machen will, nur wie ich es eigentlich auch sonst immer sage, ich kann leider nicht immer alles umsetzen, was geplant ist und darunter ist dann wohl auch das 100.000 Special Video gefallen, denn irgendwie ist dann mittlerweile bei mir die Luft raus. Ich wollte das Video wirklich vor Ewigkeiten fertig haben und habe auch echt sehr viele Sachen ausprobiert, also Ideen eben umgesetzt und die dann wieder verworfen, weil sie mich nicht ganz so angesprochen haben, auch wenn sie am Anfang wirklich cool waren. Am Ende war es dann eigentlich immer so, dass ich mir gedacht habe, dass man das, was ich jetzt eben als dieses Special anbieten will, auch wirklich immer wann anders bringen könnte, also dass es nicht wirklich eben Special genug ist, um in diesem 100.000er Special vorzukommen. Bevor ich jetzt also irgendwas mache, was mir selber gar nicht so richtig gefällt und das dann einfach als 100.000er Special raushaue, lasse ich es lieber sein. Also so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Ich fände es zwar cool, dass man ein 100.000er Special hat, weil 100.000 ist eine gute Marke und das ist schon echt sehr besonders, aber es ist eben zu besonders, als dass ich jetzt einfach irgendwas mache, was mir selber nicht 100%ig gefällt. Das ist besonders schwer, weil man sich natürlich immer extrem viel vornimmt und naja, ich versuche eigentlich jedes Video besonders zu gestalten und dieses Video, das muss jetzt ja noch viel besonderer sein, als das, was ich mir sowieso vornehme und das ist echt schwer. Das mag auch so ein bisschen am Zeitpunkt liegen, denn aktuell, naja, ist es halt so, dass Battlefield 4 so ein bisschen, naja, öde ist, kann man fast schon sagen. Also es ist jedenfalls nicht mehr besonders neu und interessant und naja, daran liegt das vielleicht auch so ein bisschen. Ob ich das dann jemals nachhole, dieses 100.000er Special, weiß ich nicht. Ich werde es immer im Hinterkopf behalten und wenn mir was Cooles einfällt, was sich dafür anbietet, dann mache ich es auf jeden Fall, denn ich wollte auch im 100.000er Special noch ein cooles Gewinnspiel starten, von dem her, naja, könnte man das ja auch mal wann anders nachholen. Auch wenn es dann vielleicht nicht mehr ganz so cool ist, weil das Timing nicht mehr passt. Mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr Bescheid wisst, dass mir das auf jeden Fall viel bedeutet und eben zu viel bedeutet, als dass ich jetzt irgendwas hinkletschen will, was dem Anspruch von mir und von euch dann nicht ansatzweise gerecht werden kann. Auf jeden Fall, vielen Dank für 100.000 Abonnenten. Dennoch zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich bisher ausprobiert habe. Zum Beispiel war als eine der ersten Ideen geplant, dass ich mit verschiedenen YouTubern zusammen zocke und daraus Highlights hochlade, die alle zusammen in diesem Special zu sehen sind und ich habe angefangen, das aufzunehmen, danach gab es Technikprobleme, aber ich habe tatsächlich halt in dieser Zeit zumindest, ich glaube, zwei Runden wirklich brauchbares Gameplay mit Level Cap erspielen können und die habe ich mal zusammengeschnitten und das könnt ihr euch auf jeden Fall ansehen. Das ist schon ein bisschen her, ich glaube, das ist fast ein halbes Jahr her, also, naja, mein Englisch war eingerostet zu dem Zeitpunkt und das hört sich echt ein bisschen lustig an, aber am Ende fand ich es dann trotzdem sehr interessant und wegwerfen will ich das eigentlich auch nicht. Also dann, Leute, vielen Dank fürs dranbleiben und viel Spaß bei den Highlights mit Level Cap. Oh, mein Gott. Ja. Er, ist er dead? Ja, er ist er. Well, Alright, dann, at least we cleaned up after ourselves. Okay, yeah, we need to get away from the hilltop. Oh, that tank's hittin' you. I'm hittin' the tank, I'm hittin' the tank. Yep, hit him too. We have a C4 car hier as well, so, um, yeah. We have four tanks right here. Okay. Uh, that tank on the hill is dead. Oh, infantry's still up. Oh, my God, one of them. Oh, that's not a infantry guy, huh? Um. Okay, I got that guy right there. Yeah, nice. Yeah, let's move on to E real quick, because hilltops... Oh, they have a beacon right there. Roll. That's so dirty, man. These beacons. Oh, C4 car. Oh, God. Oh, was so lucky. That C4 car just missed me. Oh, there he is. There he is. Oh, there's some more. Oh, crap. Get out. Oh, what? You're getting out? Okay. Oh, my God. I got magnum'd from way back on, um, over the hills by E. And he's, um, humping the ground now. Look at that. I'm still alive. Nice. I'll try and smash on you. Uh, spawn on you. Smash on you. Oh, crap. Oh, my gosh. Yeah. Kill him. There's shotgun. Watch out. There's shotgun. Oh, the people spawning. Nice. Nice kills, man. Oh, uh, I'll grab the other tank that spawns here. Oh, God damn it. Ah, that's okay. I'll get the APC. I'll get it before somebody... Oh, no. Somebody got it. All right. Nerd, nerd. Oh, he's coming back. Oh, he's right there. Nice. Nice. That looked awesome. Beautiful shot, man. That looked awesome. Back in the trailers. I hate E-Capture Point, man. It's the worst. Yep. It's also a bit... Oh. Well, um... What? Want to get everything? Yeah. Okay. Yeah, it's basically like that. You didn't know we were there. A bit random. Oh. Holy crap. What the fuck? Um. Got 1C4, 1C4. Yeah. Nice, he's dead. He's dead. Transport Ellie straight ahead. Oh, he's a bit too high. I'm putting some damage into him. Oh, sniper jumped down. Yeah, he's at it. He's at my angle. Some guy bailed, or they both bailed. Yeah, one is at the left building. Oh, he didn't get in on the roof. He's on the scaffolding above us. What? Oh, we can get their chopper, too, if we want to get up. Oh. Oh, he just bailed right next to you. Nice. Nice. He dead. Oh, that is... The LAV. LAV. He destroyed the chopper. They're left? Where? He just went down the bridge, man. Oh, stop. Yeah. Should be here. Nice shot. Oh, that jump shot. Is it a jump shot? I mean, we're not Call of Duty, right? I think so. I think so. Right in front of us on the building. Oh, yeah. He's throwing C4. That's cute. I got him. Oh. There's another one in that same building. That came from above, I think. Yeah, I think so. Oh, right since there left. Where's the second one? We need him. That was C4, right? Oh, someone parachuted right behind the white container. Wait. Okay. Yeah, yeah, yeah. Oh, still missed him. Oh, wow. There's a lot out here. Yeah, you should move out right now. Yep. Let's try it. Yeah, I got that one behind the container. Yeah, they're in all of these buildings. Yeah. Let's just get a bit away from them. Do you want to go out to one of the other points that's a little less claustrophobic? Oh, yes. Like maybe one of the beach points? Yes, beach. Oh, that's a jet. On the point next to us. No. Oh. Nice. Beautiful shot, man. Paper over there. Yeah, the other one is coming. He peeks it. Oh, did you see that? No, I'm busy for telling you. Oh, God. I pre-fired a rocket at that corner and he peeked it. No, nice one. He hit him right in the face. And I stole the LAV. Nice. Oh. Beautiful. But there's an attack boat. On the point. Yeah. What is going on? Attack boat. Attack boat. That's exotic. Enemy chopper right overhead, too. Boat is dead. And you have quite some company. Ouch. Yep. I'm taking fire. Infantry moving up. On this point right now. Terran shooter behind you. Oh, that's where he was. I kept looking. I was like, he should be right in front of me. In that pit. Like. Yeah, I'm going to get in your LAV. I'm really hurt. Oh, yeah. I got the pit guy. Uh-oh. Power. I can't dodge that. Power. Oops. Parachuter by the water. Seriously, how many are there? Oh, my gosh. They're parachuting everywhere, dude. Oh, here we go. I can finally drive again. I'm on your gun again. Guy up on the point. Hello. Need to reload. See that? Oh. Oh, my God. There are so many. And is that an enemy tank up there, too? Oh, yeah. And the LAV. Put it on you. Yeah, we are dead. Oh, I hit him with the rocket, but... Peace. Dankjof. So, das war's also auch schon wieder für das gesamte Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.